Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Brothers A Tale of Two Sons. Yo, ne? Wir machen weiter. Wir müssen jetzt irgendwie diesen Typen hier dazu bringen, dass er die Brücke runterfährt. Ich meine, ich könnte auch irgendwie versuchen, mich hier dran vorbeizuschummeln. Ich glaube, es wird nichts. Da! Müssen wir hin. Richtig. Da oben ist ein Hebel, ne? Also es wird augenscheinlich... Hey, um. Hey, um. Ich lasse mal länger gedrückt. Ach. Da passiert nichts mehr. Passiert mir, der kleine Junge da was macht. Oh! Hm. Hm. Das ist irgendwie auch nichts mehr. Warte mal, wenn ich jetzt nochmal mit dem Großen interagiere. Anna? Buen HD? Buen HD. Ah-hah. Ah-hah. Oh, man. Danke schön. Danke schön. Hm-hah. Es ist schön, wie viele Dinge man hier doch interagieren kann. Er sieht nichts da drin, vielleicht sieht er Dinge, äh, falscher Knopf. Beide reingucken. Reinspucken. Ist gefahren. Hallo, wer da? Scheinbar nicht. Gehen wir nochmal probieren, was der kleine Junge vielleicht zu sagen hat, ne? Wir müssen uns werken, wenn wir mit beiden interagieren. Wir auch. Immer auf Nummer sicher gehen können. Oh, der Fall ist dick gedrückt. Alle draußen, Mensch. Deana? Warum kann ich das tun? Wozu? Ach, vorher konnte ich nicht mit so vielen Dingen interagieren, oder? Also hier, ich habe ja auch viele Leute gesehen, naja. Bestimmt gibt es da irgendwann so Achievements von wegen, keine Ahnung. Drei Stunden lang das da machen, dann gibt es was. Oh. Freiklaut. Okay. Ich meine, tatsächlich was gelesen zu haben bei den Achievements, dass man irgendwann in den Brunnen werfen soll. Einfach mal machen. Oh. Oh. Tatsächlich. Errungsschaft reingeschaltet. Wunschbrunnen. Oh. Das ist böse, aber ich muss für Achievements bin ich leider, ne? Tut mir leid. Da und da und da und da und holen. Gorn? Was? Ja. Nicht mehr interagieren, ey. Finde ich böse. Tut mir leid. Ich habe schon einen Gorn werfen können, da oben. Na? Buen HD? Ey, Buen HD, wo geht's zu Buen HD? Ah! Yoga, Mann. Aha. Ich will ein paar Stunden länger das Bild zeigen. Tut mir leid, Mädel, aber, ne, Errungenschaft. Es tut mir leid. Hm, Tabi. Anscheinend hieß der Ball Tabi. Trabi. Ups. Äh, mein Gott. Äh, da war echt nicht leicht, hier zu spielen. Eichhörnchen. Komm, Räunter vom Baum! Geht nicht. Täter und machen. Hm, ne, okay. Wieder reingucken. Er kann wieder reinspucken wahrscheinlich. Als ich das Geräusch gemacht habe, habe ich gerade wirklich ein bisschen gespuckt. Äh. Oh, na. Da, da, ja. Du bist dich. Okay. Ja! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Alles klar. Man kriegt das noch hin. Also doch keine Rätsel lösen bezüglich der Tür. Ich gehe mit dem Interagieren. Der Spaß daran hat, wie ich mich hier zum Affen mache. Hier kannst du spielen. Der kleine Bruder ist einfach in allem irgendwie besser. Weißt du, das sieht mal so nach den optionalen Wegen aus, aber Anteil muss ich hier wohl doch lang? Wäre der Weg hier versperrt gewesen, hätte ich hier sogar rübergekonnt. Ich hätte sogar Probleme rübergekonnt, wa? Na gut. Jo moin. Du gönnst dir halt richtig, wa? Jo. Komisch der Typ. Darf ich jetzt aber auch mal? Buen HD. Wo gehst du Buen HD? Ja, klar. Ja. Ja, ist klar. Ja, Buen HD. Unser Ziel ist Buen HD. Merkt euch das. Oh. Interessant, dass so ein... Wie das da raus sprudelt. Markwälder. In Videospielen. Spielen meistens schön aus. Achso, wo ich gerade wieder eine Aufnahme sehe, dass es ein bisschen ruckelt. Oh oh. Ich, äh, werde... Oh oh. Ich werde es erst in der nächsten Folge mal machen, um neu auszuprobieren, ob ich vielleicht die Ruckler wegkriege, weil dazu hätte ich jetzt das Spiel nochmal neu starten müssen. Und ich filme das dann... Oh! Uiuiui. Für die... nächste Aufnahme. Ne, weil ich nehme jetzt ja sowieso noch eine. Hm. Oh! Okay, ich kann nicht... in Anführungszeichen sterben. Ähm... Okay. in der Sache. Ist ja denn... der Typ, der lässt uns da mal irgendwie durch oder so. Hinter? Der ist ja ein Weg, ne? Oda. Buen Hadi. Buen Hadi. Ja, das heißt doch die Schnauze, du Arsch. Voll am abrützen. Hm. Hm. Atta. Atta. Buen Hadi. Buen Hadi. Scheiße, wir kommen... Hm, 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 hm. Du. Das einzige, was ich jetzt gerade nochmal... probieren könnte. Beziehungsweise eigentlich... Warte mal. Shit. Ja, ne? Ich hatte ein bisschen die... Achso, warte mal. Ja, doch. Ich hab ne Idee. Ich hab ein bisschen die Hoffnung, dass einfach... äh, vielleicht der Junge das so abkann. Hier, guck mal. Und bleibt er jetzt da? Kann ich jetzt einfach mal weiter hier? Zack. Aha. Jetzt kann der kleine Junge weiter. Kann der kleine Junge nochmal weiter? Kann der große Junge weiter? Ah, jetzt vielleicht... Oh. Okay. Mano, blöder Hund. Verpiss dich doch. Shit. Wollt noch gar nicht. Oh Gott. Oh. Oh, da krieg ich ja aber Angst, ey. Okay. Stress. Okay. Puh. Okay. Geschafft. Puh. Zufällig. Genau ausgelegt für zwei Jungs, ne? Für zwei Jungs. Für zwei Leute. Dass man da langklären kann, oder? Boah. Eine glückliche Fügung, möchte ich behaupten. Atta. Atta. Aufnahme rückt gerade richtig heftigst rum. Und wie gesagt, nur die Aufnahme schon wieder, ne? Es ist halt irgendwie immer wieder merkwürdig. Manche Spiele lassen sich einfach nicht gescheit aufnehmen. Haben einfach... Einfach. Einfach kein Bock. Komm auf drei. Woo. Willst du gleichzeitig springen? Das ist cool. Okay, jetzt wiederholen sich die Rätsel. Ton. So, zufällig immer so ein Seil ist, ne? So ein Glück aber auch. Ah, guck mal. Ich krieg's schon besser hin. Das ist ja echt nochmal genau das gleiche hier. Was ist da los? Zack. 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 Nun gut. Okay, Kaninchen. Irgendwann war auch mit den Errungenschaften ein Kaninchen, hab ich gesehen. Hab die ja wirklich nur kurz einmal überflogen. Wow. Ich kann ja einfach mal... Wir gucken uns die einfach mal gemeinsam an. Wie wär's? Ja, ja. Ich hab keine Freunde. Okay. Hier. Zwölf Errungenschaften gibt's nur. Das ist ja... Überschaubar. Also, ich hab jemanden in einen Brunnen geworfen. Schäm dich. Du hast ja auch Zeit von deinem Abenteuer genommen. Äh, in jeder Familie gibt's eins. So, schwarz, scharf. Hans, Freunde. Du hast dir vorgesorgt, dass die Hasen schön spielen. Du hast jemanden getröstet. Du hast die beiden Tore-Töpchen wieder zusammengebracht. Du hast den Erfinder zum Tanzen gebracht. Du hast ein großes Horn scheinen lassen. Du hast ein Geheimnis entdeckt. Du hast den Schildkröten im Meer geholfen. Du hast dir das Singen geübt. Ich wünsche dir was. Aha. Okay. Mal rüber. Hier, oder mal zu den Kaninchen, oder? Oder Hasen, oder was? Weiß ich nicht. Hier, macht was. Ja, okay. Kann ich damit irgendwas anfangen, dass ich so komisch greifen kann? Hm, womit spielen denn Hasen? Könnte ich ihn gerne. Wenn ich irgendwann vielleicht reinwerfen kann, oder? Mäh. Schön, dass die rummähen. Das sind bestimmt die Kaninchen, die so Geräusche dran machen. Da. Okay. Buena day. Buena day. Danke. Weißt du, der große Bruder immer so, hm, wir müssen unsere Arbeit verrichten. Wir müssen da hin. Und der kleine Junge so, ha, guck mal, ich klaue dir jetzt die Forke. Nee, doch nicht. Oh, die Schnauze. Hm. Okay, es geht wahrscheinlich hier hinter irgendwie weiter. Was kann ich mit den Kaninchen machen? Ich würde mal ganz gerne ein, zwei Minuten damit verschwinden, das herauszufinden. Weißes Kaninchen. Und viel schwarze. Hier dieses Meme mit dem, ja, egal. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Nee. Ich nicht wissen, was ich tun soll. Hier anzünden. Warum kann er das so komisch ge... Hasenfreunde. Ich hab's geschafft. Hä? Ach so, weil die... Weil die jetzt alle schwarz sind. Hä? Toll. Äh. Okay. Das ist ein bisschen rassistisch, aber sonst... Sonst ist es okay. Wir haben eine Errungenschaft. Das ist auch nicht verkehrt. What the fuck? Das ist bestimmt so ein Spiel, wo es relativ easy ist, alle Errungenschaften zu bekommen. Weil man da wahrscheinlich echt nur in der Welt so ein paar Geheimnisse machen muss. Man kann ja auch das Kapitel neu laden, wahrscheinlich. Oh, gucke. Vielleicht hole ich mir dann hier mal die... ...Planentrophäe, wollte ich schon sagen. Alle Errungenschaften. Da drüben sind Schafe. Geh da hin. Geh das unboxen. Ach so. Warte mal. Äh. Alter. Ach so, oder? Oh gut. Geht auch. Also ich kann dich nicht hierher holen. Wo es eigentlich ein Hamsterrad ist. Dem Hamsterrad entfliehen. So, und jetzt? Hier geht was mit den Schafen. Oh, tatsächlich. Äh. Oh. Wie viel muss ich das da reinstellen? Oh. Oh shit. Wollte ich das nicht antun, Schaf. Es tut mir leid. Mäh. Geht das? So. Sieht gut aus. So, Schaf. Weißt du, den Bauern da... ...gefällt das wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber hey. Er checkt's nicht. Er ist zu sehr mit seinem Strohdach beschäftigt. Wenn er sich einen Strohhut bauen will. Okay. Wahrscheinlich sind wir da wieder links runter. Da weiter. Kann man da... Oh Gott. Egal. Nee, da kann man nicht lang. Okay. Okay. Ich wollte's nochmal kurz essen. Nur mal kurz gucken. Oh, weia. Da ist der Hund schon wieder. Unser bester Friend. Oh, was ist für euch, Alter? Yo. What? Hey! 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 Hey, Maru! So, was er mir jetzt sagen will hier, muss ich mir helfen. Ach da, nach da, okay, was zum Teufel so für ein Typ. Vielleicht muss ich den sowieso gleich seine Hilfe in Anspruch nehmen. Ich kann natürlich mal hier klopfen, hallo ist da wer. Hm, kann wahrscheinlich nur der Trouble aufmachen. Wenn das denn kann. Ach guck mal an. Hm, okay. Dankeschön. Äh. Oh, guck mal, ich kann mich jetzt, äh, äh. Äh, äh. Ich kann wieder hinsetzen. Folge ist schon wieder vorbei. Oh, da müssen wir hin, wa? Hm. Wie gesagt, eine Errungenschaft war ja auch hier von wegen sich eine Auszeit nehmen, ne? Hm. Vielleicht muss man an mehreren Banken, an allen Banken, vielleicht muss man auf einer Bank mal länger sitzen. Egal. Freunde. Ich würde es nicht sagen, ich beende jetzt schon mal hier die Folge Brothers Day of Two Sons. Das ist so wieder perfekt passend, ja, mit dieser, äh. Oh, ich hab ein Schweizer Symbol. Äh. Mit der Bank hier und, äh. Ja, wir sind das nächste Mal hier wieder. Mal gucken. Da oben wahrscheinlich mal hin. Weiß ich so genau. Ich studier noch mal ein bisschen Errungenschaften. Ich kann aber nur so gucken, wie die, wie groß die Wahrscheinlich, also hier die, ne? Prozentuale Anzahl ist, wie häufig die gesammelt wurden. Wenn die dann irgendwelche mit Nullkomma bla sind, dann weißt du schon, alles klar. Es sind irgendwelche sauschwere Farben und so oder so. Aber ich denke mal, das ist ja gar nicht so. Also, ne? Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.